so 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 und heidi ho da sind wir wieder wir zocken jetzt hier einfach weiter genau an der gleichen stelle wo wir vorhin aufgehört haben also vor knapp einer stunde machen hier so heißt die folge auch weiter den forest unsicher wenn irgendwas sein sollte bild und hohn sagt dann bitte gerne wieder bescheid im chat und sonst ja guck mal was dann geht und viel spaß und so eine sache wollte ich ja noch machen vielleicht klientacken heller nur für euch obwohl das sieht richtig scheiße aus ne also ich hab's ja auf meinem handy geguckt also ich kann sehen auf dem telefon und es ist ja auch ein horrorspiel so könnten nur den kontrasten stück hochdrehen also ein kleines bisschen vielleicht machen wir mal so würde ich sagen auf jeden fall ist mir und usen schon eine lippen unsynchronität auf die fallen ich habe schon mal jetzt ein bisschen gefummelt ich hoffe dass das jetzt besser ist wenn nicht vom liegt beim nächsten mal noch mal weiter aber deswegen der neuen kamera habe ich ein bisschen vercheckt jede kamera hat ja eine andere verzögerung und darauf muss man den mikro anpassen und die kamera die jetzt hat ist schneller als die dick davor hatte wie davor ja musste kalt auch ein bisschen fummeln hatte ich aber hier drin und hier muss ich jetzt halt noch gucken was verzeiht mir denn bitte dann schauen wir mal weiter alter jetzt kann ich mir schön ausdrücken mal nehmann eh mann eh mann eh ist da fanny so richtig sortiert haben wir irgendwie noch nicht aber bestimmt irgendwann noch wie gesagt bis jetzt nicht das daggersystem ja auch ein bisschen kack aber erstmal gesehen haben wir keine kisten der einstellen noch keins also nicht dass ich wüsste muss noch ein bisschen positiv war dieser mein freund positiver an die sache jenseits ach so ich hab immer noch viel scheiß im inventar das können wir als dünger nehmen die tasche muss ich mal aufmachen wollte ich ihn jetzt rauspacken ach man die junge die rückwärte ich mir noch merken leute das ist egal vielleicht brauchen wir sie ja dann werden sie geschmissen würde ich sagen hat man dabei hat man dabei würde ich sagen ja so boys wo wollen wir hin erst mal können wir kurz noch mal die ganzen dinge hier abfahren weil es ja alles geräumt also hier in der base halt in der nähe seil und tuch das können wir erst mal wieder alles holen eis holen schönes so dass das gewicht ist nicht irgendwie beeinflusst oder so ja das ist wirklich so sie ist die wasserflasche mal füllen die sicher ist sicher in dem wasser kann man nie dabei haben flugti flugti knucken wir es doch ja gar nicht ganz die bücher die habt ihr auch gefunden oder die bücher die da überall die überall rumlagen kann das buch mal wieder aus der hand legen danke und jetzt bitte das inventar öffnen cool danke er guckt wird deshalb muss von außen an also es ist wo es was schickert um ins regal zu stellen oder bringt er doch irgendwie wird die bücher warum sollte man die mit sich rumschleppen vielleicht brauchen wir sie später an der koppel baby wirst du doch fällt einfach so und raus willkommen noch mehr babys irgendwann wollte gerade noch gucken wird er auch so baum hier noch mal mit stuhl andere spiel am tisch wenn wir mit taschenlampe bekommen recht ist die nicht nur für die waffe gewesen aber wirklich es gibt keinen keine andere aufbewahrungsmöglichkeit cool ich habe gerade ein regal gebraut hatte gebaut david hatte zwei stämme auf der schulter habe es gebaut hatte immer noch beide großen stämme auf der schulter und habe sie wieder zurückgelegt und das regal steht und ich habe noch zwei halbe hälfte und also von der hälfte eines stammes noch mal die hälfte also einmal quer und einmal längs geschnitten und davon habe ich noch drei stück rausbekommen okay so kann man also wenn er hat sich unser holz es steht hier die beiden hier oben habe ich genommen habe sie wieder reingepackt sehr cool also so baut man jetzt nur noch regale sonst ob ich von meinen anderen krassempel noch was ablegen kann zeitbomben nehmen wir erstmal mit granaten nehmen damit mollis nehmen wir mittel können wir mal alles werfen aber hier batterien kann ich ja keine mehr mitnehmen die könnten mal raus die rollen müssten mal raus damit ich neue sammeln kann vom draht uhren müsste ich rauspacken davon und ganz wichtig seile raus manche sachen jetzt decken gefühlt sind unendliche eine behalten wir mal wissen ja nicht was da kommt denn er würde ich sagen schaut erst mal ja in der maß auf die aus man würde er kriegt heute noch irgendwann hin mit den tasten oder irgendwie so okay also ich müsste muss etwas essen aber dann so gut dass du sagst mein essen ist verbrannt ich stehe ein typ vor der haustür ich will auf die fresse ganz runter weg ich bin hier hinten auf der insel ich bin hier hinten auf der insel ich bin hier hinten mit ich bin hier hinten auf der insel ich bin hier hinten mit mir ich bin, ich bin hier hinten auf der insel ich bin hier hinten auf der insel call draht oder einer schnur in der mitte oder so ich glaube dieses können wir auch bei uns außenrum hinstellen also ich weiß ja nicht für was es gedacht ist ob das für menschen oder für tiere gedacht ist glaubt gegner also war es zumindest die molotov fallen im ersten teil glaube ich bin noch recht im sinne von das halt aufstellen und wenn sie durchgerutscht sind haben sie halt gebrannt aber du kannst glaube ich auch feuer feiler aber ich weiß nicht ob man dafür ein feuer in der nähe haben musste und dann mit der spitze irgendwo gegen also gegen das feuer feuer feiler gab es doch glaube ich auch nein hör doch mal auf damit nimm das fleisch bevor es verbrennt lecker lecker menschenfleisch nein jetzt verbrennt zwischen ja heik bin satt schaut zwar euch aus sonst muss man auf dein taucherzeug an der hälfte jetzt ja 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 Beobachten wir mal, David. Nie was beobachten hier. Ich beobachte dich einfach zurück. Oh, weia. Sonst, da kriegst du ja wahr. So, ich weiß noch nicht, das ist jetzt 12. Ach so, wir können ja gucken, ich würde das dann schon ganz tief. Es ist 12, ok. Ach so, du fahr ja hier ins Anlass. Ich muss ja sowas ein Stamm einfach in der Hand nehmen, ne? Ich will gleich das Haus weiter bauen. Ich würde es auch gerne weiter bauen, aber ich habe noch nicht ganz so verstanden, wie man es macht. Dann musst du das Kuh durchlösen. Er sagt mir hier Sachen nach unten setzen, aber wenn ich... ...dann setzen will... ...schmeiß weg den Dreck. Was Feuerholz bringt, weiß ich immer noch nicht. ...schmeiß weg den Dreck. Okay. Hm. Okay, hilft mir jetzt in meinem Brain nicht weiter. ... ... ... ... trotzdem immer schräg wie wir hast du denn die säulen auf dem boden gesetzt der wird das haus draufsteht ich habe die entweder erst der hingelegt oder du baust wie bei warheim erstmal stützt drunter das machst du mit halbiert deinen dingern das was willst du dann bauen ist ja die frage ich würde es erweitern hier noch über den hang muss ich kann es halt nirgendswo gerade ansitze er macht die alte benennen so schräg aber wie du meinst du musik ja müsste man hier irgendwo erstellt okay dann wird es nichts schade aber so ist das ja hätte gedacht dass ich so schräg wie der hier runter geht den von da unten so hoch ziehen kann und dennoch eine karte drauf zu bauen aber doch du musst jetzt hier noch einen darunter setzen dann setzt du dir nach oben glaube ich ich weiß nicht am hang ist es leider doch wir sind blöd gewählt weil du kannst nicht immer auf dem stein bauen hat doch das geht hier was du musst unten dann an dem fall da geht der pfeil denn so nach oben also der bewegt sich richtig dagegen kannst du stützen bauen gut zu wissen geht der pfeil denn so nach oben geht der pfeil denn so nach oben das haus muss größer werden wir brauchen auf jeden fall es muss auf jeden fall das haus in der hausse wie so ein supermarkt aufgrund der regale ok ist aber nicht noch nicht gerade muss man dann machen das habe ich gerade selber schon gefragt kann sein dass du noch einen kleinen drunter sitzen kannst ja du musst du mal die schräg abbauen und recht bei diesen sollen an der seite noch ein kleines ding dran bauen anders geht das nicht denke ich aber es muss jetzt musste ein oder doch noch mal miteinander und den äußeren mal über was 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 würdest du denn damit machen? Na, du kannst die Dinger nochmal halbieren und wenn du sie halbiert hast, also genau mittig, nicht der ganz Kleine, kannst du die an die Seite setzen, also bei mir geht's nicht mehr, zeig da rot nach links, weil es nirgendwo drauf liegt. Kannst du den jetzt an die Seite setzen? Ja. Oh ne, warte. Hier müssen wir jetzt glaube ich erstmal ganz leusende Kleine rein. Hier unten liegt er doch. Ah, da, da. Können wir da den jetzt eben drauf setzen? Hier. 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 ist es ja hier verbunden mit wieder zurück zu der anderen wand und ich kann nur so machen hier an und sonst nicht von da aus nach da war der fall wieder ist das machen wir das einfach anders hier geht es nicht geht nur so schräg hier geht es auch nicht aber warum ging es hier denn dort kein unterschied von da nach da oder oder ich hier an der ecke finden wir hier unterm haus an der stelle weil hier sind zwei bubbel drunter hätten müssten auch so holzscheite drunter legen sonst klappt das nicht außen würde es wieder gehen ganz außen das macht doch da erst mal weiter ich glaube aber nicht dass wir spiel so austricksen können habe ich wohl zu viele versprochen geht nicht david oder versuch aber ich glaube die einzige idee wäre vielleicht ein größeres haus oder wird da unten zu bohren wo es komplett gerade der bonus ist korrekt wie david schon meinte wir müssen jetzt schon zweiten stock aufbauen das war schöner gewesen wenn man die fläche hier noch in die richtung hätte arbeiten können aber das war halt ein stock ja der kennt man dass er auch kommt hat mit regalen voll bei wir lassen das hier unten mit den regalen und nach oben ein paar regale bettchen ja und mir ist es rolle eh noch mehr aber dann können wir erst mal ein dach drauf machen wenn wir nicht mehr so nass frieren dann beim winter müssen wir da jetzt auch wieder rahmen bauen oder und denn überall stützpfeiler darunter oder warum kann ich so aus der hand gar nicht bauen wenn ich genau drauf also es wird ja irgendwie anders sehen aber die die boden element ist gar nicht muss man ist ja doch alles mit stützpfeilern bauen so wie ich das gerade bei gronk gesehen hatte also leicht bisschen vom boden abgehoben hat und zeigt er wieder an Wo oben drauf stecken könnte ich, okay? Oh, hier zeigt das jetzt an. So, gucken wir mal. Und dann geht's, ja. Also David, ich hab keine Ahnung, ob's anders geht, aber... Wär halt schon scheiße, muss hier immer so Slalom-Mär durch alles durchlaufen. Du hast jetzt nur ein kleines Stück genannt, ne? Oh, okay. Okay, gute Idee. Na, der hat trotzdem wieder hergestellt. Oh, die Dinger können wir später wegnehmen, das ist ja ganz gut. Man muss bloß überall rundherum vielleicht eine Holzstütze, eine kleine, drunter bauen. Und dann muss man halt einfach gucken, ob es dann noch hält. Also ich würde sagen, ich würde euch noch den Tag hier das auf jeden Fall machen lassen. Aber wollen wir dann vielleicht mal das mit der Schlüsselkarte machen? Falls noch jemand von euch weiß, wo überhaupt die Tür dafür war. Ne, das fehlt nicht. Ich brauch eh mehr Holz. Also ich müsste jetzt eh erstmal eine Ewigkeit Holz hacken gehen, damit ich das hier zu Ende bauen kann. Na, oder du sagst dem Typen, dass du mal Holz hacken gehst. Johnny, wo bist du? Wird auf der Karte angestellt, das ist so blaue Karte. Ja, ist das klar. Ach, da unten steht H. Aber lassen wir erstmal folgen, wo auch Holz ist, weil sonst macht das nicht. Okay. 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 wir müssen eigentlich einfach nur mal den fluss hoch höchstern obwohl da war es ja den pein lassen dort wir können ja mal kurz unter die arme greifen was soll es also ich hab's jetzt nicht nur ich hab's mir wieder auf pappelicht selber hacken kann er ja nicht ohne axt und dadurch hat keiner hat muss man die ja trotzdem vor ich weiß gar nicht da haben vielleicht kann man kann ja nichts außer drücken und die mal sagen doch in dem gegenstand ja er versucht auch der tollsten aus der gegend zusammen bringt ja auch ein bisschen wird ja 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 komm ja schön ich hab ihn da reingehackt und noch mit dem baum erwischt er ist down ok ah danke john boy da ist das du ja es funktioniert zum glück und so kann ich ja kurz wegste kenne nicht anmachen aber wenn du es zu tun hast du kannst gerne mit holz sammeln du weißt wenn wir penken gehen hast du angst im dunkeln ja man sieht ja mehr wenn es hell ist da hast du auf jeden fall recht und ich wäre dafür dass wir das mit der schüsselkarte mal ausprobieren aber wenn du mir hilfst schnell den zweiten stock wegzubauen können wir das ja sofort machen das ist nicht schnell gemacht das dauert ja noch mindestens neilig ja na gut dann machen wir erst das aber erst mal penken kommt dann können wir gerne den zweiten stock weg machen ich hol dir holz mit an sich könnten wir auch einfach hier im obenkreis einfach nur ganz viele bäume hacken dem typen sagen der soll der könnte uns dann auch hinterher laufen aber das war wie nicht das etwas da hier 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 an der stelle ist ein bisschen scheiße ich sag ihm jetzt mal dass er mir folgen soll dann laufe ich hier vor die basis und dann sage ich denen dass er die stämme dahin legen soll wir hacken jetzt einfach nur noch stämme die schräge hast du dafür einen halben stamm genommen oder ein drittel oder viertel stammen dass er damals genau ein halber stamm ja man hätte die regale mal später einziehen sollen muss man deshalb noch mal ändern das war ein druck jetzt waren wir sehr gespannt wie das halten soll aber noch zwei dann habe ich die grundkonstruktion unten fertig und dann muss ich die schrägen erstmal rin ziehen und dann müssen wir gucken ob es hält muss ich mir die hölzer erst in der hand halbieren oder kann ich trotzdem mit dem stamm ranlochen und der macht halt bist du denn wie bitte ob ich die hölzer feuer halbieren muss oder ob das einfach so mit dem ding in der hand geht ich mache jetzt wie hast du denn die hölzer feuer halbieren muss oder ob das einfach so mit dem pfeil nach oben und dann ist das jetzt deine aufgabe denn hölipolz schmeiß rüber john boy schon schon hier ja 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 ich Zwischen den Regalen kann man auch... Amokweg gefluckt gerade. Äh? Okay. Jo, so geht's auch. Womit zeigt er denn die Linie jetzt nicht mehr an, verdammt? Am Stein mag er nicht. Und ansonsten einfach mal rechtsklick gedrückt halten. Äh, linksklick. Da war's doch grad. Warum hat's denn grad eben so gut funktioniert und jetzt stelle ich mir an wie so'n Dulli wieder. Hä? Hä? Äh. Jetzt ist wieder weggeplotter. Ja. Ja. Dann lass das. Ich brauche also nur nicht mehr Stützen. Okay. Ich bin mal gespannt, ob das echt hält. Krasser Scheiß. Sollte sich Gronkh mal angucken. Dann könnte er überall seine Säulen rausbauen. Okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch ein paar Stützen. Und jetzt müssen wir hier eigentlich nur Hälften drauf... Ne, geht gar nicht. Doch, geht. Aha. Oder, David? Ich gucke, wir brauchen noch eine Treppe nach oben. Oder willst du nur ein Dach erstmal raufmachen? Nö. Wollst du die Treppe unbedingt innen machen? Wollen wir die nicht lieber außen machen? Zurecht. Also, ne. Ist nur ein Vorschlag. Ja, das war... Zurecht. Und zwar innen einfach mehr Platz haben, weil das nimmt unten Platz weg und nimmt oben Platz weg, ne? Ja. Die Lücke geht bloß nicht zu. Na, der Oster ist ja egal. Genau. Und dann kannst du es zum Beispiel nach da weit an. Genau. Und dann sollte die Fläche dicke ausweichen. Dann können wir hier noch allen möglichen anderen Scheiß hinbauen, den wir später brauchen. Achso, deswegen häng ich halt da so rum. Ich hab auch nur Durst. Alles blinkt rot da unten, alter. Wie die Bahnschranken in Berlin 1945. Das war jetzt ein blödes Beispiel. Wenn du dich nicht hörst, was das letzte Mal? Wie die Haupts μου. So, wenn du dich nicht hörst, was du unter ihn schiest hat und lächst. Du kennst dich auch nicht sicher. Du. 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 Du bekst dich. Du. Du. die lücken hier versteht nicht dann kannst du es machen dann mach ich dir auch das holz mittel vielleicht kannst du es sogar von da oben greifen wenn was dir so dicht dran packen da wollte ich wieder zu schnell hochlofen hast du kannst die pfeilrichtung auch ändern indem du rechtstieg macht alles klar auch wieder gut zu wissen danke dir schmeiße mal dichter an david dran also ich habe gehört du willst erst mal oben mit rechts klick dreht man ja macht aber irgendwie nicht ich würde sagen so packt also falsch waren so richtig so ist das falsch so ist wieder richtig so ist wieder jetzt passt es falsch richtig okay überhaupt eine tür bauen die tür musst du mir denn mal nachher bitte auch zeigen wenn du weißt wie es geht dann kann ich denn jetzt nicht so eine treppe so sind weg sortieren Ich denn so eine sachen abreißen er zeigt es mir an eigentlich zäh gedrückt halten oder Ja wenn ich es gebaut habe ich kann es aber nicht abreißen das kleine holzlager was hier leer ist Das hätte ich dir sonst noch weg genommen weil sonst passt ein pfeiler bestimmt nicht Oh sorry David Sonst muss ich den pfeiler dazwischen setzen dann ist es halt so Der ganze bald ist hier schon weg der du muss jetzt eine ganz schöne strecke laufen um holz zu holen Was mit absicht du sie wirklich nicht das hat er sich kurz gehackt Ich verstehe trotzdem nicht wenn man eigentlich einen halben und ganzen auf ein viertel oder ein drittel drauf packen kann Warum unsere idee hier drüben nicht funktioniert hat er wird Weil du hast es ja da auch mit einem halben hat es dann wieder funktioniert aber mit dem drittel oder Viertel nicht um das ungefähr auszugleichen Etnos gebäude wahrscheinlich davor Davor auf säulen bauen müssen weil das hier ja mit dem untergrund der stein sollte glaube ich hier auch nicht drin ist Ja okay Hätten es vorher erhöht sein müssen Na wie gesagt wie bei wahl haben so das erste Ich werde angegriffen Beim holz hacken Dann greift das zurück an Ich habe aber gerade die axt in der hand das ist dann immer schwer waffe Ich habe gerade die axt in der hand das ist dann immer schwer waffe Ich habe ich aber nicht mal viel leben Wenn du so ablenkst könnten wir vielleicht mal schnell Schmerzmittel reinpfeifen Und tot Ich wollte gerade noch schnell die Waffe nehmen Ich bin da immer eigentlich noch zu langsam Leute Ich bin da immer zu langsam Leute Danke Jusen Kein Problem Dicker hier ist ein Ledersack So Ich glaube den siehst du auch hier Mh Die Leichen mit in die Base nehmen für Essen Weil die Leichen verschimmeln nicht so schnell Dann schneiden wir uns da später eine Scheibe von ab Weil die respawnen ja glaube ich nicht so lange wie sie bei uns in der Nähe liegen Und äh den restlichen Körper dann wieder verbrennen für Knochen Für die Knochenrüstung später Also ich pack sie erstmal Ja einfach hier hin ist ja egal Aber so dass sie nicht dort im Weg liegen Ja Ja also holz hacken geht auf jeden fall besser und schneller wenn man ein bisschen um den baum rumläuft ob das nimmt das spiel besser an anstatt wenn man die ganze zeit an einer stelle bisschen holz brauchen wir ja schon beutet von hier hinten eigentlich immer noch nach vorne gute frage war die musen sagt ja der schild die gräuter jetzt nur ein paar wände na ja klar wenn wir schon dabei sind wird ist er denn am ende noch schnell immer muss der mal zu geben aber dann erstmal die wände oder wollen wir erstmal nur die schränke bauen von oben kommen ja keine angriffe wirklich also könnte man eigentlich das erstmal so im freien stehen außer ich habe dich abgeschmissen musste wende bauen david und wenn du fenster haben willst du musst du mit der axt drin schlagen ne ich meinte wir brauchen vielleicht gar keine wende erst mal vielleicht aber egal und wird erst mal hinstellen wenn ich aber später machen wenn das reicht ohne doch weil wenn klar wird jetzt bloß das holz was war gehackt haben noch hierher bringen und sonst ja da helfe ich dir also ich hänge na holz liegt in den holzständern drin wenn du nicht das brauchst du mal john boy sagen folgt mir mit für ihn mal wieder richtung bäume mein freund genau brauchst du sie ja nicht so angucken genau das musst du jetzt hoch machen guck dir hinterher und nickt weißt du ja 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 hat er sich gedacht ne ne denken wir uns einer mal komm mal her mal komm mal her so john boy holen ne muss man denn machen stein und wie hast du das denn gemacht dass er das bis zur basis bringt und wirft das macht er nicht nicht nur noch die geben du kannst du dir gehen sagen dann würde er immer vor die füße schmeißen ne ja genau dann schmeißt du vor die füße aber ich hab das gemacht ach so also eigentlich musst du das mal also der der baut muss das machen damit der das immer bis zum lager schleppt genau er hat es genau vor vor die palisaden vor dem ding hingeschmissen na das habe ich gemacht ich habe ihn lassen habe ihn mir hinterherlaufen lassen folgen und vor der basis habe ich ja ich weiß ich habe es verstanden okay aber der der deswegen meine ich ja der der baut der muss das machen mit dem typen alter sagt er wird das ist dieses lange scheiß teil ich bin dauer am boden leute ja ich will ich jetzt ich überlebe aber das war der basis oder oder ist noch so andere maserfucker danke dann kommt der gegner pass auf warum zu euch der wohnkorn nicht sonst in der base sonst kannst du dem du denn noch mal sagen david dass er das falls du ihn siehst okay dass er das holz wieder bis zur basis schleppen soll dann würde ich noch ein paar bäume hacken das entgegen als zweier fies hinterjusen der doppel der doppel big mac der doppel pack der keine ahnung lassen uns schon noch ein namen einfallen der doppel schloss der hässler der hässler der hässler er ist noch hinter euch steht auch noch einer und guckt euch zu weil die eingeborenen finden das echt interessant ist der tod der hässler der hässler der hässler Dank dir. Das ist eigentlich mit der dann wesentlich schneller. Das finde ich jetzt mal aus. Aber theoretisch müsstet ihr jetzt mit der Feuerwehrschwelle schneller in Bäume zu fällen als mit der Kleenachse. Tut's ja auch, ja. Siehst du auch beim Schaden links. Jo. Okay, ich zähle jetzt mal mit bei dem Baum. Und dann fällen bei dem ein, das ist ja auch so gut. Also, Leute. Eins. Okay, der hat nicht gezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich fahre jetzt nur sieben. Okay. Das kommt, glaube ich, wirklich darauf an, wie man den Baum fällt. Ich versuch's mal nochmal. Eins. Eins, zwei. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht. Das ist nochmal ein 8. Okay, gucken wir nochmal bei dem. Da nehme ich noch keine. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da waren's so fünf. Also, wenn man's optimal macht, braucht man, glaube ich, nur fünf Schläge mit der Feuerwehrschwelle. Und jetzt halt mal gedrückt, Dicke. Ja, braucht trotzdem zum Teil manchmal unterschiedlich viele Schläge. Also, kommt auf die Dicke des Baumes natürlich an. Bei dem hier müsste er richtig schnell umfallen. Das ist ja der dünnste. Oh, so. Zwei. Drei. Drei, vier, fünf, sechs. Waren trotzdem sechs, obwohl's der... Naja, ist ja auch vollkommen egal. Das waren jetzt bis zwei beim... Naja, egal. Ich fälle hier noch die zwei, drei Bräume und dann hoffe ich, dass das ungefähr reicht. Na, ne, Regale kann ich ja umsonst bauen. Da hab ich den gleichen Banz wie du. Ja. Also, funktioniert's? Ich kann, ich kann, äh, mehrere bauen, ja. Also, mit einem. Ja, der macht doch einfach als so eine Art Wand einfach Regale komplett einmal rum. Das wär doch nur die Idee. Naja, aber wenn wir angegriffen werden von irgendwas, was da vielleicht... Oh, äh, der Zweier-Dings steht immer noch bei uns vor... Ne, doch nicht. Ähm. Dass das vielleicht kaputt gehen könnte, ist, glaub ich, David auch seine Überlegung, oder? Ne, ich hab nie... Wenn man nur Regale baut. Du könnt doch gar keine Anlage machen, was ich jetzt brauche. Ne, ich mein ohne Wände. Weißt du? Einfach bloß eine Struktur, die Regale als Wand. So meinte Jusen wird, glaub ich. Genau. Kann man auf jeden Fall machen, also. Wie gesagt, hätten wir irgendwie Luftangriffe irgendwo hier da. Dann würd ich's doch verstehen, die so... Vielleicht kommen ja irgendwann noch Mutanten, die wirklich fliegen. Bringen die Entwickler noch auf Ideen, Jusen? Das ist immer noch, äh, Early Access. Jetzt wirst du sehen, in einem Monat haben wir hier Fliegeviecher. Alle nur wegen dir. Alle nur wegen dir. In 13 Tagen soll ein neues Update kommen, hab ich gesehen. Natürlich werden jetzt immer wieder neue Updates kommen. Also ich denke mal, mindestens einmal im Monat wär geil. Wenn öfter, ist natürlich auch geil. Aber sonst sollen sie sich lieber Zeit lassen, damit man noch ein bisschen nach Merkt und nicht bloß drei Kleinigkeiten. Und der Dude ist gar nicht so dumm. Der versucht immer zu dir zu laufen. Und manchmal merkt er denn, wenn man neben ihm steht und ihn anguckt, Ah, okay, ich komm nicht durch die Wand, ich lass es hier fallen. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe, müsst ihr das vor mir hinlegen, oder? Nee, macht er doch nicht. Doch, jetzt schmeißt er es wieder vor mir hin. Jetzt versucht er es gleich wieder durchzutragen, oder? Es ist, weil wir, glaube ich, alle drin sind. Versucht er hier durchzulaufen. Da zieht er aus der Wand jedes Mal einen neuen Stamm raus. Ja, der holt, der holt aus der Erde immer wieder einen neuen Stamm. Was? Macht er das jetzt nochmal? Er geht hier wieder an den Stamm. Und zieht ihn da aus der Erde. Oh, dann haben wir noch einen Stamm. Jetzt liegen hier drei. Ein Gegner. Jo, hast du recht. Der klaut unser Holz, der Bastard. Ich habe ihn geopfert, Jose. Liegt auf dem Opferstein. Der ist hierher gelaufen, hat sich das Holz gepackt. An einem Ende und hat es versucht wegzuziehen. Zaubert der weiter? Gucke, Jusen. Da. Und zack, nimmt dein Holz raus. Alter. Habe ich gleich den Arm abgehackt. Da sind wir da geschnuppt. Ich will ihn nochmal zaubern lassen. Komm, zaubern, mein Freund. Da. Und zack. Siehst du? Und jetzt schmeißt er es da hin. Wart mal ab. Dann müsste er wieder irgendwo hingehen. Ne, jetzt läuft er diesmal weg. Der ist hier immer hier hingelaufen und hat ein Stück Holz aus dem Boden gezogen. Fünf, sechs Mal. Ich habe keine Ahnung, ob es bloß ein Grafik-Bug war und er es eigentlich von da hinten geholt hat, dass es bloß so aussah, dass er es da aus dem Boden zieht. Aber sind da diese Standregale nicht besser? Ich wollte gucken, wie weit ich die übereinander fahre. Soll ich schon mal ein Stroh-Bett bauen? Kannst du gerne machen müssen. Ich baue es hier einfach hinten in die Ecke, ja, auf der zweiten Etage. Ich weiß nicht, dass wir wieder Probleme haben mit den Ecke, ja. Wie mehr warnt denn später das? Gut, unser Dut überhaupt noch Holz, nö, wa? Jetzt steht bestimmt wieder am Feuer oder so. Ich weiß nicht, wie wir immer diese kleinen Schrauben auskriegen. Wie was? Die kleinen Hölzer meinst du? Ja. Du kriegst sogar... Ich glaube, wenn du den Schrank baust, kriegst du immer irgendwie noch irgendwelche Hölzer raus, weil er nicht die ganze Länge braucht. Aber ich bin mir unsicher. Ach so, ja, stimmt. Du weißt, die ganze Länge, dann wäre es ja nochmal 50 Zentimeter gefühlt breiter und höher. Und für die Höhe macht er, glaube ich... Eigentlich für die Höhe braucht er einen Ganzen. Und dann braucht er nur noch die Hälfte von der Hälfte. Oh. 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 So, schleppen wir noch ein bisschen Holz dran, dass David das noch verbauen kann und dann jemand pennen, oder was? Ich hoffe, dass ein Stream für euch auch okay ist. Ich hab's ja ein kleines Stück von Kastrochela gemacht, aber das Spiel ist halt dunkel. Aber ihr habt ja in den Höhlen, ich hab ja nochmal nachgeguckt bei mir auf dem Handy, von dem Stream von vorhin, Leute. Da sah es ja ganz gut aus, bei meinem Handy zumindest. Müsst du da mit Helligkeit, Kontrast beim Handy mal gucken, wenn's euch zu zu Booster ist. Aber mir ist halt bloß wichtig, dass ihr auch alle was sehen könnt. Ich hab' wieder die Falle ausgelöst. Achso, soll ich hier oben noch so ein Feuer einfach, oder brennt das weg, Neva? Ich weiß es nicht, Usen. Vielleicht wenn wir später Wände hochziehen, dann könnte es brennen, ja. Kommt drauf an, wie die Entwickler, die die Macht haben, ne? Kann sein, kann nicht sein. Ich hab' irgendwie Angst, dass bald wieder Winter ist, Alter, und dann wird es hier halt arschkalt. Na, wir können doch hier außen noch ein paar Feuer setzen. Aber an diesem Facken, glaub ich, können wir uns nicht wärmen, oder? Es gibt ja kein anderes Feuer, außer das ganz kleine und das mit den Steinen außenrum, ne? Denk schon, dass man das da reinsetzen kann. Bei Valheim ging's doch auch. Gut, dann wär ich jetzt da, wo du stehst, der wird ein Feuer hinkommen. Eine Rauchvergiftung, äh, gab's eigentlich nicht im Ersten. Also, hier würdest du keinen Schrank hinkommen. Du musst vielleicht mal ein bisschen weiter ausupacken, oder nicht? Genau, dann bitte. Ich bin nicht da und durchlaufen. Ich seh' unsere Hütte schon ab, Tocke. Was sagst du? Ich seh' unsere Hütte schon ab, Tocke. Ah, Quatsch. Ich speichere mal vorne. Äh, warum kann ich nicht zu Ende bauen, hier? Doch, ich nicht. Oh, ich hab schon wieder Besuch. Ist mitten im Lager. Im Lager? Ja, er ist hier drin. Ja, klar. Grad, wo ich mir ne Waffe in die Hand nehmen wollte. Oh, der hat mich auch gewohnt. Jetzt hängt's an, Usen. Usen, Usen. Er ist schon tot, alles gut. Ich glaub, ich war ganz kurz in den Hals geschossen, und irgendwie hat er wieder keinen Bock mehr, ganz zu atmen. Wie gesagt, ich versteh's nicht. Ich versteh's auch nicht. Wenn man jemanden durch den Hals schießt, mein Gott. Ja, soll sich mal nicht so haben. Also einfach mal ganz normal gepflegt durch die Nase weiter atmen, also. Echt, Mann. Man muss mal überlegen, das passiert Usen jeden Sonntag, ja? Und er macht da auch keinen Stand draus. Also wirklich. Okay. 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 Das war's für heute. das macht ihr doch langsam mit absicht aussieht sind erzählt dann die letzten drei vier dann hat alle eingesammelt was ich gefällt habe und wenn du nicht mehr anschleppen ist ja auch schon alles angeschleppt haben dass wir gefällt haben ein bisschen was schleppen und nämlich warum ich die ansatz sterbe weil hier ein tut gegen unsere mauern haut vielleicht weil ich doch mit irgendwelchen klötzern abgeworfen werde ich denke aber auf jeden fall mit den allen was wir ausprobiert haben beim letzten mal die muss man wirklich darauf stellen wo man eichhörnchen gesehen hat sonst funktioniert das nicht genau wie usen mit den frischen meinen ich bin tot ich muss dreimal von holzkötzern abgeworfen dann war so ein typ bei uns aber da ist der typ schuld nicht die holzkötzer das vermehren die sich noch letzten den hölzer bringen so krass wenn ich die dinge auf die schmeißen macht keinen schaden wenn ich die auf euch schmeiße macht schaden ich habe sich schon aber für dich auch was fallen gut was fallen jetzt zieht er hier schon wieder welche aus dem boden da greift er da hinten die hölzer zu die da liegen sie aus dem boden gezogen und guck mal wie viel er jetzt hier hinlegt geschützt ihn falls jemand kommt er läuft wieder hin zieht aus dem boden magic alter man sieht im dunkel zwar kaum aber hinter mir ist so ein halb aufgeklapptes vieh hier 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 hier